Tower Defense, Skibbity Toynet, Roblox, aber nur Basiseinheiten. Wisst ihr schon, die kleinen grauen, also nicht die von Beta Centauri, sondern die kleinen grauen Einheiten, die mich so verflucht wütend machen, weil sie nichts können. Leute, wir versuchen heute mal, ob wir nur mit Basiseinheiten weiterkommen. Wenn ihr wissen wollt, ob ich's schaff, dann bleibt dran, guckt mal das ganze Video an und lasst auf jeden Fall einen Mitleidsdaumen und ein Abo da. Das war wieder ein Gebettel auf höchstem Niveau, Bruder. Freunde, wir haben ein großes Problem. Das Problem nennt sich schlechte Einheiten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass wir hier den Kollegen hier nehmen oder den Kollegen oder den. Nein, ich rede von diesen Kollegen. Heute nehmen wir nämlich nur Basiseinheiten, Leute, und schauen mal, wie weit wir kommen. Aber nicht im Hard-Mode, sondern im normalen Modus. Deswegen bleibt uns eigentlich nicht viel als Camerawoman und Speakerman. Und in der Hoffnung, dass wir's schaffen, liebe Leute, gehen wir jetzt einfach mal in den Desert und probieren unser Glück. Ihr lasst einen Daumen und ein Abo da, Leute, und wir schauen mal, ob wir's schaffen. Ich wette nicht. Bevor ich reingehe, sollte ich natürlich meine Units ändern. Und das sind nur die beiden. Ich hab Angst. Okay, Leute, wir nehmen den Medium im Modus, wenn wir das überhaupt hinbekommen, ey. Ich meine, gut, wir haben am Anfang 200 Dollar. Das heißt, wir können uns sofort zwei Einheiten hintun. Aber trotzdem, ey. Meint ihr, dass wir's schaffen, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Also, easy ist mir zu einfach. Also, die Challenge steht, dass man nur mit grauen Einheiten, nur mit Basiseinheiten das schafft. Schauen wir mal. Gucken wir einfach mal, was passiert. So, wir machen die hier hin. Zack. Schauen wir mal. Hallo? Schießt du auch? Oh, nein. Das ist ja so schlecht, ne? Okay, vielleicht hätte ich zwei von denen setzen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Heilige Mutter Maria, Leute. Guckt mal, wie die hier durcheiern. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht. Kamera-Women, wenn nicht abgegradet ist, ist das so schlecht einfach. Kommt, ich stelle den hier hin. Hier an die Ecke. Komm schon. Bitte klatsch sie weg. Bitte klatsch sie weg. Bitte. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, nein. Oh, mein Gott. Okay, das war richtig schlecht jetzt. Kann ich das... Kann ich nochmal anfangen? Kann ich bitte nochmal anfangen? Können wir bitte die Wave skippen? Oh, ja. Wir können die Wave noch skippen. Oh, oh, oh. Warte. Hier hin. Hier hin. Komm, komm, komm. Hau drauf. Hau drauf. Komm schon. Kriegen wir das irgendwie hin? Oh, mein Gott, ey. Leute, wir brauchen dringend ein Upgrade. Was kostet ein Upgrade für den? 150. Heilige Mutter Maria. Das ist übelst teuer, Mann. Das ist übelst teuer. Oh, nee. Wir brauchen die gleich am Anfang. Dass der hier am Anfang mehr abzieht. Der Allerechte hier. Das bringt gar nichts hier. Warte mal. Ich mach ein Upgrade. So. Zack. Jawohl. Hau rein. Hau rein. Wir schaffen es sowieso nicht. Ist das dumm. Oh, Mann. Aber die Challenge steht, Leute. Und ich kann jetzt nicht hergehen und kann das... Oh, Gott. Oh, mein Gott. Junge. Nein. Warte, 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 warte. Wir müssen den upgraden. Das hilft gar nichts. Wir müssen den upgraden. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach die alle kaputt, bitte. Tu mir den Gefallen. Lass mich hier nicht alleine. Ich meine, ein paar können hier im normalen Modus schon durcheiern. Aber es sollten halt trotzdem nicht zu viele sein. Warte, 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 warte. Hier vorne nochmal einen hin. Hier ans Eck. So. Bam. Oh, bitte. Macht mich nicht fertig. Kommt schon. Wir haben nur 20 Waves. Ich will nur das schaffen. Ich will nur das schaffen. Mehr will ich gar nicht, okay? Mehr will ich nicht. Sie hier war... Ich weiß nicht, ob sie... Ja. Was heißt ein Fehler? Ein Fehler kann man nicht sagen. Aber irgendwie... Der Cooldown ist halt so übelst schlecht. Das ist halt das Problem. Und 150 Upgrade-Kosten sind auch nicht so nice. Ja, und das hier ist auch nicht so nice. Ach du meine Güte. Wie sollen wir das denn hinbekommen? Hau halt drauf, wenn ich dich schon hinstelle. Ah, Junge, hau doch drauf. So, hier vorne brauchen wir vielleicht noch einen. Da. Zack. So, Masse statt Klasse ist das Stichwort. Meine Güte, bitteschön. Gebt mir mal ein bisschen Kohle hier. Warte, ich grade die jetzt ab hier. Komm schon. Cooldown. Der Cooldown muss runter. Wenn der Cooldown runter ist, ist die gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich das Geheimnis, glaube ich. Aber ist egal. Wir machen das jetzt hier hinten. Wir machen hier hinten jetzt einfach die eiserne letzte Reserve. Und graden die hier auf 300 hoch. So, wir skippen wieder, weil es völlig vain ist. Dass eh schon alles zum Scheitern verurteilt ist. Da, wenn ein Boss kommt, so wie jetzt. Oh Mann, ey. Dann sind wir richtig kaputt. Komm schon, komm schon, komm schon. Money, money, money. Money, money. Los, los, los. Jetzt. Jetzt. Schieß. 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 Oh, nee, nee, nee. Junge, Junge. Komm schon. Komm schon. Schieß doch. Warum schießt ihr nicht? Okay, das ist echt nicht easy. Also, das ist wirklich nicht easy. Also, wie soll ich das denn schaffen? Mit den beiden hier. Das ist ja so dumm. Okay, wir probieren es nochmal. Wir machen nochmal den Desert und probieren das nochmal aus. Okay, so, schauen wir mal, ob wir es so schaffen. Vorne zwei, hier zwei, hier zwei und hier hinten will ich auch noch einen zweiten hinmachen. So, wir skippen jetzt die Wave mal nicht. Wir warten jetzt einfach mal ab. Bisher läuft es so semi. Ich muss upgraden. Ich muss definitiv upgraden. Aber die Upgrades sind so teuer mit diesen zwei Basiseinheiten. Oh, Mann. Ja, guckt euch das an. Das reicht schon wieder nicht. Die sind einfach viel zu schnell. Das ist so unfassbar. Das ist unfassbar dumm. Wirklich unfassbar dumm. Komm schon, komm schon, komm schon. Macht sie kaputt. Bitte. Bitte. Wir müssen das schaffen. Ich muss diese Challenge einfach hinbekommen. So, und jetzt. Ich brauche Upgrades. Am besten ist es eigentlich, wir graden die hier hinten ab. Ich glaube, das ist wirklich am sinnvollsten. Haut ein bisschen weiter rein, Leute. Kommt schon. Also, ihr werdet das doch wohl hinbekommen, oder? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Hier noch einen hin. Ah, Junge, 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 Junge. Also, das kannst du komplett vergessen, dass du irgendwas schwerer als Medium schaffst. Wenn man überhaupt Medium schafft. Also, ganz ehrlich. Jetzt, glaube ich, haben wir langsam... Oh, ne. Guck mal, die sind so schnell. Oh, Mann. Da bräuchte ich jetzt zwei hier hinten. Ähm, ja, ihn hier muss ich upgraden. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Niemand darf hier durchkommen. Komm, 150. Jawohl, 150. Nice. Okay, wir müssen das wirklich Stück für Stück machen. Ganz langsam und ganz easy peasy. So, als nächstes ihn hier. Und wenn wir erstmal Upgrades haben, wenn wir das erstmal geschafft haben, dann ist alles schon mal ein bisschen einfacher. Oh, je. Okay, da kommen jetzt die Spider-Toiletten. Da ist gar nichts einfacher. Ich sollte vielleicht meinen Mund halten. Soll ich noch eine Einheit setzen, oder? Ja. Ja, besser ist das. Besser ist, dass ich setze noch einen. Auch wenn die hier reinhauen können. Boah, ey. Guckt euch das an. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Die haben so viel Leben. Die gehen einfach durch. Die gehen einfach durch. Das ist so brutal. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist vielleicht auch zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kann man das gar nicht schaffen. Möglicherweise geht das gar, dass man nur diese Basiseinheiten hernimmt. Oh, ja. DJ-Toiletten. Und alle rein hier. Alle rein. Jawohl. Alle rein. Das gibt's nicht. Das ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Ey, ganz ehrlich. Vielleicht poke ich das ein bisschen zu hoch. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Wir machen jetzt eins. Wir gehen jetzt nochmal in den Desert. Aber jetzt machen wir easy. Jetzt machen wir easy. Ich will jetzt wirklich wissen, ob das geht. Ob das möglich ist, dass man das überhaupt hinbekommt hier mit Basiseinheiten. Also hier heißt es ja Starter-Units. Und Starter-Units, also naja, hm. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Also wenn man hier ein paar Mal spielt und läuft dann rein. Irgendwann bekommt man einen grünen Kameramen, einen Uncommon. Und dann geht das auch. Dann sollte das auch möglich sein. Also wie gesagt. Aber ohne die, hm. Und das war auch dumm. Weil ich die Einheiten falsch setze. Gucken wir mal, ob wir es damit hinbekommen, Leute. Also keine Ahnung. Das ist echt, das ist echt übel. Ich dachte irgendwie, normal würde easy gehen. Ansonsten müssen wir mal probieren, ob wir es mit grünen Einheiten schaffen. Das ist aber dann ein Stoff fürs nächste Video, glaube ich. So, und dann können wir den nämlich auch upgraden. Hier kriegt man halt viel schneller und einfacher Geld als bei den anderen Modi. Also ich glaube Geld und die Anzahl der Einheiten. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ansonsten kann ja nichts anders sein. Die Einheiten sind deswegen nicht besser. Die Cooldowns sind deswegen auch nicht automatisch verringert. Vielleicht doch klasse statt Masse. Weiß ich nicht. Aber schaut mal, die sind auch schon wieder so schnell. Das ist jetzt, weil ich geskippt habe, klar. Aber ich weiß nicht, hier sie, ich habe keine Ahnung. Das ist sehr wild. Ich setze sie jetzt trotzdem mal, weil ich sie upgraden will. Ich will sie einmal auf Max-Level haben. Und schauen, was passiert. Jetzt haben wir im Cooldown dann minus 2 bei 300. Bin gespannt. Ich glaube gar nicht, dass die so wenig Damage macht. Also ich glaube schon, dass die ordentlich raushaut. Aber die lohnt sich halt wirklich erst, wenn man, ja, dann auf Max-Level ist. Wahrscheinlich. Weil wir sind mutig und wir skippen die Wave, damit ich sie upgraden kann. Jetzt ist sie schon auf Max-Level. Okay. Damage 200, eine Radius von 12 und ein Cooldown von 1. Ja, gut. Okay. Wenn ich davon jetzt 2 hinstelle und die dann direkt auch auf 300 upgrade, könnte das schon was werden. Möglicherweise. Oder ihn hier erstmal auf 150, damit hier nichts passiert. Dass der hier durchkommt. Was fast schon so aussieht, als würde er durchkommen. Oh Junge, da muss ich hier nochmal einen hinstellen. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Na, immerhin 10 HP. So, jetzt tut mal was für euer Geld. So, Max-Level. 100 Damage, 0,5 Cooldown. Oh Junge, das ist aber halt auch nicht die Masse. Also damit kommen wir halt wirklich nicht weit. Aber wir sind schon mal auf einem besseren Weg als vorher. Also ich glaube, dass normal nicht möglich ist in der Konstellation. Du kannst ja gar nicht so viel setzen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu oft geskippt. Das kann sein. Das liegt dann eher so ein bisschen an meinem Geduldsfaden. Guck mal, wie schnell wir hier 1000 haben. Ey, übertreibt, oder? Ach du meine Güte. Wie schnell wir hier einfach 1000 Dollar zusammen haben. Das ist ja ultra. Also ganz ehrlich. Da kann ich jetzt hier noch eine hinstellen. Einfach so, weil es lustig ist. Und die upgraden. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir hier hinten noch den und die restlichen Upgrades. Und dann sollten wir erstmal safe sein vielleicht. So, und dann sparen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Und gucken mal, ob wir damit klarkommen. Die werden aber hier vorne. Wisst ihr was? Ne, ich baue hier vorne noch einen hin. Die machen wir noch. Und dann gucken wir. Dann bin ich gespannt. Dann beide auf Max. Und dann schauen wir mal, wie viele da jetzt tatsächlich durchkommen. Weil guck mal, die DJ-Toiletten, die haben ziemlich viel Leben. So, aber gleich haben wir die Kohle zusammen. Ey, so schnell geht das. Ist ja Wahnsinn. Also einfach kann man wohl mit diesen Einheiten schaffen. Neun Waves haben wir noch. Und ich skippe auch immer. Also wenn man den Skip nicht macht. So, 660. Ich könnte eigentlich nochmal hier so ein paar hinsetzen. Wie viele kann man denn hinsetzen? How much? Schauen wir mal. Ist das dumm. Da kommt doch jetzt sowieso keiner mehr durch, oder? Also die muss ich nicht mal auf Max upgraden. Da kommt keiner mehr durch. So, wir machen mal einen brutalen Wave-Skip jetzt jedes Mal. Weil jetzt habe ich hier so viele hingestellt, dass es eigentlich schon unfair ist, wenn ich die Waves immer abwarte. Weil ich nicht glauben kann, dass hier jetzt noch irgendjemand durchkommt. Das ist ja so easy. Also, mal wirklich. So, wir skippen wieder. Threaden ab. So, die sind Max-Level. So, wir brauchen noch zwei. Dann sind alle auf Max. Aber hier kommt ja schon niemand durch. Und die sind noch nicht mal voll geupgradet. Also der hier schon. Der hier auch. Und der hier auch. Aber der noch. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die Spider-Toiletten. Aber die werden auch richtig verprügelt hier. Eine noch auf Max-Level. Oh ja, guckt euch das an. Und zack, bam. Jetzt können wir uns zurücklehnen, Leute. Und können gucken. Aber das stört mich, weil zwischen einfach und medium, die Kluft ist jetzt nicht so hoch. Ihr könnt das gerne mal versuchen. Probiert gerne mal medium. Nur mit diesen zwei Basiseinheiten. Ich weiß gar nicht, ob es andere Basiseinheiten gibt. Und lasst mich das gerne mal wissen, Leute. Ob ihr das hinbekommen habt. Ich meine, wenn man im Medium auch so eine Armee von Camera Womens hinstellt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch funktioniert. Aber man muss ja erst mal zu dem Punkt kommen, dass man die alle upgradet. Kann ich denn hier noch? Ah ja. Ich hab zu viele Truppen. Okay, alles klar. Kann ich mir also schon nichts mehr leisten. Jo, gut. Dann kann ich auch nichts mehr machen. Jo, okay. Dann lassen wir das so. Ultra einfach. Easy going. Sehr nice. Beim nächsten Mal würde ich sagen, nehmen wir mal die grünen Einheiten her. Dann mal nur blaue Einheiten. Nur blaue Einheiten und den Hard Mode. Ich hab bisher im Hard Mode immer nur exklusive Einheiten benutzt. Und hab keine Standard-Einheiten. Oh, Large Toilet. Kannst du komplett vergessen. Auf geht's. Tut mal ein bisschen was. Diese Barriere hier hinten ist einfach zu heftig. 3000. Nice wäre das, wenn das jetzt umgerechnet wird. So, wir skippen. Jawohl. Und Wave 20. So, schauen wir mal, ob ich mich jetzt übernommen habe. Aber sollte eigentlich hinhauen. So kann man natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, ohne Robux auszuleben. Also ich weiß nicht, wie viel wir für das Match jetzt hier bekommen. Ob sich das lohnt. Ich meine, das dauert jetzt hier auch 20 Minuten, bis die Waves durch sind. Aber eventuell kriegt man so auch ein bisschen schneller Geld. Oh, guck ich mir das an. Also mehrere von denen sind auf jeden Fall stark. Aber auch nur für maximal Medium, glaube ich. Also, ja, in Hard Mode schaffst du damit auch nicht. Das ist ja sowieso der größte Quatsch. So, schauen wir mal, ob wir es aber auch schaffen, wenn der Boss kommt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher da angedödelt kommt. Genau, Large Toilet, Large Toilet, Boss Toilet. 38.500. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oh, ja. Das ist... Ja, das könnte verkackt sein. Das könnte möglich sein. Das ist ziemlich sicher verkackt, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist ziemlich sicher verkackt. Oh, mein Gott. Okay. Aber das ist nicht so wild. Es sei denn, ich bin jetzt nicht schnell genug. Dann ist es schon wild. Weil ich muss die alle verkaufen. Und muss die alle hinstellen. Upgrade! Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, no, 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 no. Upgrade. Upgrade. Und jetzt kann ich die hier wieder verkaufen. Das ist so dumm. Das ist richtig dumm. Wie viel Leben hat der noch? Keine Ahnung. Ich glaube, ich setze am besten... Schaffe ich den Easy-Modus nicht, Leute. Mit den Basiseinheiten. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ja. Ich habe zu viele Truppen. Ist schon klar. Oh, kommt schon. Schieß die noch ab, bitte. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Ja, habe ich nicht geschafft, Leute. Ist das dumm. Ist das einfach dumm. Das ist so dumm. Oh, nein. Das nervt mich jetzt tierisch. Nein, jetzt habe ich sie verkauft. Noch schnell ein Upgrade. Hier, noch schnell ein Upgrade. Schnell. Okay, ich habe trotzdem gewonnen. Aber das war richtig schlecht jetzt. Ich habe den nicht fertig gemacht. Also, ich korrigiere. Das ist nichts zum Geldverdienen. Das ist richtiger Scam. So, dafür laufe ich jetzt hier in den Sammeln rein. Ist mir egal. So. Oh, was kommt jetzt? Updating in. Okay. Nice. Nice. Und? Was kriegen wir? Ja, I'm coming. Ist klar. Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch belustigt. Mich hat es nicht belustigt. Ich fange jetzt gleich an zu weinen, wenn das Video vorbei ist. Wir haben versucht, mit dem Basis Medium zu schaffen. Wir haben gerade mal so auf ganz gut Glück easy geschafft, Leute. Also, ihr könnt das gerne selbst mal ausprobieren mit den beiden. Aber ich glaube, da ist nicht mehr machbar. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir beim nächsten Mal nur die Grünen ausprobieren sollen. Ob wir da wenigstens den Medium Mode schaffen. Und eventuell auch die Blauen im Hard Mode. Mal sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und ciao. Bis dann.